Musik Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brick Force Besonderes Ereignis, eigentlich wollte ich mich schon zur Ruhe setzen, in den Raum chillen und fett meine Eier kraulen Aber dann ist etwas Weltbewegendes passiert Ihr seht es selbst, X-Brave gibt sich wieder die Ehre am Spiel Und schaut mal vorbei, ob das Game immer noch so behindert ist wie früher Scheiße Der stirbt Ich bin Zombie, ne? Ich bin Zombie Ja, soll ich dir was sagen, Alter? Ich gucke mich nicht Och, bitte Brave Wenn du wieder aktiv werden würdest, dann Weißt du, wenn du schon nicht bei Brick Force aktiv bist und wir unseren Kontakt so vollkommen verloren haben Hul dir wenigstens Assassin's Speed Unity Ich kann es wie gesagt nur allen Zuschauern ans Herz legen Wenn ihr das Spiel noch nicht habt und ihr einen guten PC habt, holt euch Assassin's Creed Unity Ein mega geiles Game, ich habe das Spiel jetzt bestimmt schon seine 60, 70 Stunden gespielt Und ich kann es nur weiter empfehlen Oh, wir haben gewonnen Easy Boah, bitte Brave, einer 50 Takten, das sind nicht viel und dann können wir wirklich den ganzen Tag zusammenspielen Doch, das ist viel Boah, einer 50 Takten, da ist scheiße, ich einmal auf Klon verkaufe die Scheiße Hey, los, mach, hey Hallo, Alter, ich bin Jude, ne, ne, YouTube Partner bin ich noch nicht Hallo, aber ich bin P3050, ich habe einen so ultrahohen Rang, weil, Alter, meine Scheiße ist Gold wert Boah, Alter, mein Weißt du, ich bin, ich bin zwar Grafsouverän, aber man nennt mich auch als Spitzname die Laberbacke LOL, du Hurensohn hast mehr Score als ich, dann kann ich nicht Alter Ey, ich bin nicht mehr Score als du hast, ne, die Scheiße Nein Nein Ne, no kill Ach, no kill, schön, da war ja was So, jetzt habe ich wieder mehr Score, so gehört sich das Ja, weil ich zum Beispiel, ich habe einen Schwerstmacken Vollhaft identifiziert, oder? Kann ich doch mit Gaggo mal hier und FWA Na auf jeden, ey Boah, aber damals haben wir aber noch Boah, von hinten Aber damals haben wir aber auch noch krasse Hardcore-Campfer, beziehungsweise wir beide Wie du jetzt spielst, weiß ich nicht, ich spiel es mehr, ich kenne es nicht mehr Im Zoffel Ich war früher nur, wenn du in deinem Baum hast gegammelt Was? Du warst immer früher in deinem Baum an diesem komischen Baum Nein, 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 ich zeig dir, wo ich immer gegammelt hab, warte Boah, erinnerst du dich noch auf Metro? Ja, genau, da, genau, da hoch und da hinten, in der Ecke Ja, genau, ich war da hinten immer in der Ecke Boah, da habe ich aber auch übel Score gehabt Yeah, wahrscheinlich, aber ich kämpfe nicht mehr Ich fäng ja schon wieder an, ne, dass ich immer Zombie werde Boah, Alter, Brave halt small, ich war schon neun von neun drum Zombie Hä? Ja, ich habe ihn noch bekommen, dann Jawohl Ich habe Brickshot, ey, komm, wir machen doch viel, um zu viel zu viel Hä, ich habe dich Brickshot? Leute, das warst du? Hab ich jetzt echt Brickshot gemacht? Ja, danke, danke, danke Boah, sorry, Alter Das war nicht mit Absicht Alter, ich schwöre auf meine Pussy Nein, lass mich durch Oh nein Nein Bist du tot? Ja, nein, Zombie, schlimmer Brickshot Brickshot, yeah Loop Zero weggeholt Auch wenn das jetzt mehr so ne Halligalli-Runde ist, dich hier gerade abzieher Einfach mal wieder ne Runde mit X-Brave, kann man ja mal machen Boah, mal machen Nicht wohl, liebe Zuschauer, ne? Der hat eigener Clan, in dem du drinnen bist Nein, das ist ein Clan von nem Kumpel, wie gesagt Kann nicht sein, Alter, warum werd ich immer Zombie? Puh, Alter Das ist Karma, Bruder, Karma Hey, hey Sorry Ich will ja nicht noch nen Brickshot verpassen, das wäre jetzt dermaßen weinlich Kann ich sein Kann ich sein Ich kannst du wieder wiederholen, Brot kann schimmeln Was kannst du? Immer, immer wenn ich Zombie, das ist schon seit, keine Ahnung Seit unzähligen Generationen so Ja Alter, okay, dann schaff ich nicht Okay, jetzt sind auf jeden Fall viele Zombie Jetzt sind sauviele Zombie Au Oh, ich bin Sachs, ey, ich bin Sachs Barney noch Was? Sachs Barney Nee, ach, wenn er mal zockt, dann loll Der zockt, macht überhaupt mal Videos Nee Und hat trotzdem noch mehr Abos als nicht, Schande über ihn Schande über ihn Äh, ja Er muss auch gar nicht Hast du dir eigentlich mein 100 Folgen Special angeschaut? Wann war das? Äh, ich glaub vorgestern oder so, gibts dir mal Ist gut geworden Ja, mach ich dann Ich hab nur ein paar Videos gesehen, da waren irgendwelche anderen Leute, die was gelabert haben Also Alter, ja, South Park, ja, South Park ist jetzt online, Alter, gibts dir South Park ist jetzt online, beziehungsweise South Park the Stick of Truth Alter, das ist auch noch ein zweites Spiel, das ich dir empfehlen kann Ist jetzt gerade im Sonderangebot Zehn Tacken, Alter, das musst du dir holen Großes Sonderangebot durch Steve, oder? Jaja, Steve Ich schwöre, Alter, South Park ist mein absolutes Lieblingsgame geworden Ich feier das Game absolut hart, weil ich auch ein riesen Fan der Serie bin Guckst du die ganze Zeit die Serie, also, wenn's mal kommt Was? Ja, guckst du das immer, wenn's kommt Äh, was heißt, ich guck, wenn's kommt, ich bin richtig da online aktiv Ich bin, also, auf der, halt, auf Southpark.de, da gibt's ja alle Folgen gratis Und da schau ich mir die immer an, Folge für Folge Ich hab jetzt bestimmt schon drei Viertel aller South Park Folgen gesehen Ich hab gewolltiges Fanwissen und so, Alter Jawohl, hab ihn bekommen Sehr gut, Brave Alter, Spontor geht's Ich muss mir echt überlegen, ob ich Spontor in den Clan hole Ich muss den nochmal beobachten, ob der fair spielt Hey, aber so CWs und sowas gibt's nicht mehr, oder? Klar gibt's noch CWs Alter, aber es ist noch Doch, also, du hast halt immer G-Force, G-Force farmt und der Ende Also, es gibt schon ein paar gute Clans Ähm Na, die ganze G, die ganze alte G-Elite ist in der Team, das ist schon klar Ja, aber G-Power spielt doch noch, oder? Wieder müssen wir noch Oh, Big Shot, Big Shot Brave geht ab Ich spraye einfach nur noch durch hier Das ist die Brave-Taktik Einfach draufsprayen und ein Heller nach dem anderen Weißt du, aber es war schon so, weißt du, meine Zuschauer hatten sich ja für die Folgen Oh Oder für ein paar andere Folgen gewünscht, dass ich mal wieder, ähm Zwei, beziehungsweise CWs mache Und das wollte ich eigentlich schon gerne mal wieder machen, aber Ich hatte halt nie einen guten Partner, mit dem ich das machen wollte, beziehungsweise konnte Du willst ja keinen Ja, zu, 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 ja, momentan nicht dazu Ja, guck mal, wen wir im Raum haben, eine Berühmtheit, eine Legende Wer ist das? RISING Hallo RISING, guck doch mal ganz unter die Channelliste RISING 007 Hallo, kennst du nicht? Das ist RISING Wer kenne ich? Wer ist das? Ein Pole RISING Wenn der im Raum ist, musst du aufstehen Nein, der ist grad, äh, drei Übrigens, na, Amorph wird bald grad eins sein Oh man, das ist mir zuwider, Alter Jetzt komm ich hier grad nicht von der Mauer runter Nur denn Zeit für die Hauptvorstellung Bist du schon wieder Zombie? Nee Oh mein Gott, nein Das ist mich verfolgt Warte, rennen, 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 rennen Ich helf dich, ich helf dir Hä? Nein, jetzt Jetzt habe ich mich für dich geopfert Ich bin auch tot Na dann immerhin War mein Opfer sogar umsatz Schön, schön Okay Läuft irgendwo, wenn ich auf U-ballert Keine Ahnung Ich schwöre um aller Why? Nee, wie Y-Lan-H Oh, Mondreck wieder Schule Boah, alter, auf jeden Fall, ey Richtig behindert Heiß, ey, durchziehen Was hast du denn für einen gemacht? Erzähl mal X, ich war nur am PC und Rettang bei meiner Oma Wer ist dieser Real Life? Also bei mir war's so Um aller Weisen Also was bei mir war Ähm Ich hab halt jetzt jeden Tag Training gehabt Von 39 bis 11.30 Uhr Jeden Tag wohlgemerkt, ja Oh War wirklich stressig Aber LOL Was willst du? Eigentlich Jetzt eskaliert's gleich, ey Jetzt reicht's, Adler Jetzt reicht's, Adler Alle fahrt da sein Abra Boah Auf jeden Fall Ach man, das ist so Ich find's echt so schade, dass du inaktiv geworden bist Mit dir hab ich einen Überaus wertvollen Freund verloren, muss ich wirklich sagen Meine einzige Hoffnung Schimmer ist Vivo Der kriegt am 17. Einen Gamer PC Da wird Vivo zumindest wieder aktiv Echt, ja? Ja Also er hat's halt gemeint Er wird halt noch nie bei mit mir Assassin's Creed suchten Alter, Unholy ist sowieso Der hat einen neuen PC und sucht jetzt nur noch LOL Und seltsamerweise Raged er bei LOL weniger als mit mir Echt? Ist kein Witz Ich spiel noch LOL Ja, der spielt nur noch LOL Ich fahr mal mit dem im TS Du kannst dir nicht vorstellen Seitdem der LOL spielt Ist der richtig ruhig geworden Wenn du mal daran denkst Wie der früher immer geraged hat, ne? Der ist nicht LOL Nee Boah, Alter, ich muss Magier stoppen Sonst macht der noch was LOL Jetzt aber Nein, bin down Ach, ist doch egal Brave Es ist der Spaß, Junge Der Spaß Wir werben mich halt bei White Shark Apropos White Shark ist close zu weit Ich weiß, beziehungsweise Hat jetzt mehrmals auf und dicht gemacht Und jetzt, nachdem sie glaube ich Das dritte Mal dicht gemacht haben Habe ich jetzt gesagt Komm, kein Bock mehr Ich bin jetzt wie gesagt Bei meinem Kumpel im Clan Beim lieben Happy Beziehungsweise beim Nick Boah, Alter Rein theoretisch, na? Wir hätten jetzt vier Männer Mit dem wir richtig 2-2 suchten können Und uns auf die besten Spieler BF pushen können Pushen Ja Wir haben Vivo Wir haben Dunkel Wir haben mich Und wenn du halt wieder aktiv wirst Dich Okay Da könnten wir alles trainieren Fresh Was, welche Map soll ich denn reinmachen? Ich... Apropos, die Folge ist ja jetzt zu Ende Stimmt, also Leute Das war's von mir Wem's gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben hoch Oder ein Abo Oder ein Kommentar Juckt mich nicht Dann Brave War schön mal wieder mit dir zu zocken Wir sehen uns gleich beim nächsten Video wieder Bis dann, haut rein Ciao Du musst dich auch noch verabschieden Ciao